Der Abstieg dauert schon fast zwei Stunden. 339 Kilometer. Wir sollten bald da sein. Wow. Ja, Hallöchen und Hallo zurück zu dem letzten Kapitel von Echo, welches natürlich, natürlich noch prunkvoller und noch krasser aussieht als die Kapitel davor. Alles in Gold. Jetzt können wir uns auch mal hier, der Boden sieht ja alles so toll aus. Der leuchtet hier auch, der Boden. Das ist so immer wie diese, da wie diese Deckenbeleuchtung. Oh, und hier geht es richtig tief runter. Okay. Da können wir auf jeden Fall nicht hin. Das geht hier überall abwärts. Okay, wir können nur den einen Weg gehen. Wo wir auch hingerichtet waren, da lang. Oh, das sieht geil aus da hinten. Wow. Allerdings, wow. Leute, wie krass das einfach aussieht. Stellt euch mal vor, ihr würdet wirklich in so einem Ding, in so einem Palast stehen. Wie geil wäre das. Oh, und wir haben einen Wegpunkt. Direkt geradeaus. Da hinten ist irgendwie so ein Aufzug. Aber geradeaus kommen wir natürlich nicht. Wir müssen außen rum. Auf irgendeiner Seite. Oh, und da laufen überall Echos rum. Alter. Und das sieht nicht so aus, als könnte man sich hier groß verstecken. Okay. Das wird bestimmt schwer. Hier unten laufen schon zwei rum. Drei. Da oben ist nur einer. Ich gehe auf jeden Fall mal oben lang. Das sieht ein bisschen einfacher aus. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass uns hier kein anderer Echos sieht, während wir hier... Und zieht irgendwo einer. Scheiße, schnell. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Hör einfach auf, uns zu suchen. Bitte, 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 bitte. Da hinten läuft sie hoch. Bitte, bitte, bitte. Shit. Nee, sie sieht uns nicht, sie sieht uns nicht, sie sieht uns nicht. Scheiße, jetzt kommen sie. Nee, nee, komm. Geh weg. Kacke, kacke, kacke. Mist. Da! Oh, das Licht geht aus, das ist gut, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich hier, das ist so ein... Wir müssen uns hier echt im Dunkeln fortbewegen. Sonst haben wir hier keine Chance. Scheiße, ich habe die nicht getroffen. Fuck. Fuck. Hä? Ach so, wegen... Ah, das verstehe ich. Krass. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass die, wenn du sie mal anvisiert hast, dass sie sich automatisch dahin dreht. Wir müssen uns beeilen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, ich glaube, wir stehen echt ganz ungünstig. Shit. 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 Ich denke, das ist eine Stimme. Ist hier oben irgendwo da? Läuft kein Eko rum, oder? Bitte, bitte nicht. Leute, ich hab Puls, ey. Ich hab so einen Puls. Oh, hier ist eine Kugel, das ist gut. Wie komm ich denn da ran? Ich hab grad so Puls, ey. Ist da irgendwo ein Eko? Ne, ne? Da oben ist einer, okay. Hier unten sieht uns grad keiner. Das ist ganz gut. Ich glaub, wir befinden uns grad echt in einer ganz guten Position. Da hinten kommt einer. Scheiße, 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 scheiße. Seht ihr uns? Zwei Stück. Oh, Leute. Leute. Scheiße. Es wär echt besser, wenn das Licht ausgeht. Die krieg ich doch nie. Die wechseln sich auch schön ab. Mal gucken, ob wir die jetzt killen können. Und dass sonst ein anderer sieht. Ich vermute mal, das wird nicht hinhauen. Schnell direkt bitten. Doch. Die sieht uns nicht. Gott sei Dank. Oh, Leute, ey. Oh, ho, 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 ho. Die kriegen wir auch noch. Das Licht geht aus. Ich kenn dich noch eben so. Komm, mal heil dich. Solange das Licht aus ist. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Da sind wir schon. Da ist schon das Ziel. Oh Gott. Oh Gott. Das verkacken wir jetzt bestimmt noch zum Schluss. Es ist nicht einfach. Boah, ich bin... Huh. Hab ich Adrenalin gerade im Körper, Leute. Mein lieber Scholli, ey. Boah, ey. Boah. Einen Schuss haben wir gerade. Und erst mal geht das Licht nicht aus. Mal gucken, wie es ja aussieht. Da ist einer. Da unten sind auch welche. Zwei Stück gehen da die Treppe. Da unten ist einer. Oh, da laufen echt vier Stück quasi auf dem Weg jetzt. Soweit ich das erkennen kann. Seht ihr uns da? Ne, ne? Seht ihr uns? Gehen lieber auf Nummer sicher. Geht die denn lang? Oh, die hat eine Kugel in der Hand. Wie gemein. Ach, die geht so im Kreis, okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Kugel hätten wir echt... Kann die mich killen mit dem Ding? Ich bin dafür, dass das Licht ausgeht. Okay. Keine Chance, sorry. Keine Chance. Ich musste. Musste ich. Ich musste. Jetzt können sie eh schießen. Jetzt kann ich... Gucken, dass ich mich beeile und hier schnell willkommen. Hier sind zwei so Dinger. Muss ich gleich gucken, wie ich damit klarkomme, dass die schießen können. Ja, komm hier hoch. Kommt jetzt alle hier hoch. Scheiße. Ich hab kaum noch... Kaum noch ein Mini. Okay. Ist hier noch jemand auf dem Weg, der uns stört? Ich glaube nicht. Bitte, 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 bitte. Aktivieren. Oh, das sah ja cool aus. Oh, Leute. Ich glaube, mir ist schlecht, ey. Oh Gott. Wir sind doch schon so tief gefahren. Wie... Wo fahren wir denn hier hin? Äh. 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 Leckt. Okay. Oh, das scheint echt nicht einfach... Oh. Oh, Leute. Oh Gott. Speicherpunkt. Bitte speichern. Bitte, bitte, bitte speichern. Hier ist nirgendwo ein Speicherpunkt. Oh Gott. Ist das schwer. Okay, wir müssen wieder Schlüssel holen. Na ja, da geradeaus ist die Tür. Da unten ist ein Speicherpunkt. Hier oben scheint erstmal kein Echo zu sein. Ich sehe zumindestens keinen. Doch da, da kommen wir. Okay, ab ein, zwei Etagen tiefer. Und da geradeaus ist der Spe... Ist das ein Speicherpunkt, ne? Ja. Ja. Ach ja, die können schießen. Shit. Oh fuck. Oh nein. Okay. Ist das hier gutes, äh, gutes, gutes Essen? Ja, ne? Grün ist gut. Naja. Ich ess mal ein bisschen. Vielleicht, äh, hab ich ja Glück und das Licht geht schnell wieder aus. So, das. Wie verlernen zu schießen. Okay. Da unten ist auch eine Stimme. Die kommt jetzt hier hoch. Mal sehen, wie wir hier vorankommen. Also das Stück eben war ja echt hammerhart, ey. Wo ist die hin? Okay, die kommt hier gar nicht richtig hoch. Gucken, reicht das, wenn wir uns hier dahinter verstecken? Ja, ne? Die Säulen sehen auch so geil aus, oder? Ist da eine Ecke? Oder ist der da hinter der Tür? Also, 64, das kann doch nicht hier sein. Krieg ich die? Das Spiel macht mich fertig. So, der Speicherpunkt ist quasi hier runter, ne? Da unten, muss er. Lohnt sich der denn jetzt schon? Ne, eigentlich nicht, ne? Sind hier Echos hinter? Da sind sie am Kriechen. Und am Rumschießen. Okay. Das ist natürlich jetzt echt nicht einfach. Das Licht geht aus. Das ist gut. Verlernt bitte schnell zu schießen. Wo ist der Schlüssel? Da unten lang wahrscheinlich, ne? Oh. Irgendwo, oh. Shit. Okay, da komme ich natürlich jetzt nicht hin. Das ist der Eck der Gold. Fuck! Okay, ich habe die Tür wieder geschlossen. Das ist gegenüber ein Echo. Aber die wissen ja noch nicht, wie man hier rüberläuft. Okay. Was ist das hier? Ein Aufzug? Wo kommt der, der Echo, denn her? Ach, das ist der, den ich eben verstehe. Ich fahr mal hier hoch. Ich guck einfach mal. Oh, sieht ja hier oben genauso aus. Leute, ey. Ist das schwer? Da ist ne Stimme. Ich will die Stimme. Scheiße, hinter uns. Oh, das war aber knapp. Kann ich hier die Tür nicht wieder schließen? Gerade doch eh nicht nötig. Oh, ist das riesig hier. Ich fahr mal wieder runter, weil wir müssen ja nach unten, um den Schlüssel zu kriegen, ne? Hier ist irgendwann ein Echo. Mhm, okay. Okay. Das Licht geht aus. Ist schon krass. Ist cool, dass man das immer dann hört, dieses... Das ist so cool, weil man sich so drauf einstellen kann. Das war aber komisch. Das war aber hakelig. Da ist noch ne Stimme. Spring. Wie still das gerade ist. Komm, ich will da hin. Fuck. Okay, es ist gerade echt nicht einfach. Lange nicht mehr benutzt. Okay, wir sind hierher gekommen, ne? So, und hier geht's runter zum Speicherpunkt. Okay. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis das nicht wieder angeht. Wir nehmen uns mal ne Waffe und dann... Alter. Sehr gut. Können wir hier kurz Ruhe? Boah, ich hab nen Puls, ey. Okay, da müssen wir quasi rüber. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Also, wir gehen jetzt erstmal den anderen noch holen, oder? Ich frage, gehen wir jetzt hier gerade aus? Oder macht es Sinn, nochmal zurück zu gehen? Nee, ne? Aber hier kommt es einfacher. Nach da oben. Okay. Ach! Scheiße! Ein Echo hat den scheiß Schlüssel mitgenommen. Ich glaube es nicht. Fuck. Es wird nicht einfach, Leute. Okay, ich habe ja jetzt gespeichert. Also ich vermute mal, dass ich bestimmt mindestens einmal sterben werde. Also wenn wir hier so rüberfahren, dann knistert das immer. Da ist das Audio nicht so gut. Ist das nicht so gut. Einmal voll, bitte. Danke. Die großen Dinger sind nämlich zum Vollmachen. Das wäre, nehmen wir auch mal mit. Okay. Ach so. Hier, mehr ist hier auch gar nicht. Okay. Jetzt müssen wir den scheiß Echo verfolgen. Ach, ich wollte gar nicht rennen. Ich wollte eigentlich nur aufstehen. Was ist denn der Echo jetzt? Da oben läuft er rum. Äh, ist das doof. Also müssen wir echt nach oben. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Kommen wir hier lang nach oben? Hier ist doch bestimmt irgendwo auch wieder ein Aufzug. Welcher denn genau? Also welcher Echo uns gerade angeblich gesehen haben soll? Oh, hoppla. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die hier so rumgeht. Und hier ist noch eine Stimme, Leute. Die nehmen wir auch direkt mit. Bitte lass hier irgendwo ein Aufzug sein, ey. Bisschen Ausdauer können wir auch mitnehmen. Ach, da oben ist wieder eine Anomalie. Sehr gut. Die nutzen wir gleich vor uns. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wo ist der? Wo ist die? Wie komme ich da hin? Mensch. Hier. Fuck. Ich wollte die noch. Fertig machen. Was halt jetzt? Da ist wieder eine Stimme. Da läuft sie rum. Oh, shit, ey. Leute. Wie kriegen wir die denn? Wie kommen wir denn da rüber? Wir müssen irgendwie von der Mitte... Ah, nee, da kommen wir, glaube ich, lang. Ah. Ach, sie fährt rüber. Kommt die zu uns? Nee, schade. Ich hatte gehofft, dass die einfach zu uns direkt kommt. Die läuft einmal im Kreis. Okay. Naja, gut. Immerhin bleibt sie da. Shit, hier sind so viele. Komm ich da in die Richtung irgendwie lang? Was hältst du davon? Komm doch einfach zu uns. Mit dem Ding. Kann die uns nicht sehen? Und einfach zu uns kommen? Ja, sie sieht uns. Hallo? Komm her. Komm. Sehr gut. Perfekt. Komm. Komm her. Hab ich... Oh. Hab ich... Ich hab gar nichts zum Killen dabei. Da ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Scheiße. Okay. Was mach ich jetzt? Ah. Scheiße. Der Speicherpunkt drin. Okay, ich muss sie killen. Sorry. Geht nicht anders. Keine Chance. Geht nicht anders. Warum kommt die denn nicht zu uns? Fällt die grad runter? Die dumme Kuh? Nein. Wo ist sie? Ach, das ist das Ding. Das liegt hier irgendwo. Aufheben. Wo ist es? Da. Perfekt. Okay. Hä? Was machst du denn hier? Guten Tag. Okay, das Licht geht aus. So, jetzt müssen wir mal eben schnell irgendwie zu dieser Ammonomalie wiederkommen. Wo war das? Hä? Kommt denn alle her? Die spawnen einfach hier, die Bitches? Sorry. Ich bin frei. Hier, ne? Wir sind hierher gekommen. Scheiße, ich weiß grad nicht, wo das war. Ich weiß grad nicht. Wohin? 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 Scheiße, Leute. Scheiße, 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 scheiße. Ich kann hier nur nicht mehr runterspringen. Oh Mann, 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 Mann. Okay. So ein Spiel ist das also jetzt. Oh, mal hier ein bisschen, äh... Oh, einer, 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 einer. Okay, ich hab geschossen, ich hab alles gemacht. Und da ist der Speicherpunkt. Scheiße, da muss ich schnell hin. Oh, noch eine Stimme. Ich hab mir doch wenigstens mal eine Stimme mitgenommen. Wo ist die denn? Nein, nein, dann schieß mich nicht an. Fuck. 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 Nein, 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 nein. Shit. Okay, wir haben beide Schlüssel. Äh, ich muss jetzt grad kurz... Also, nee. Das ist ein Zellkern, aber da wollen wir jetzt nicht für riskieren. Okay. Ja, gut, war ja klar, dass ich irgendwie so sterben muss. Also, man kann hier nicht so... Man kann hier echt nicht so durchpreschen. Das geht einfach nicht. Das ist, äh... Das geht nicht, das geht nicht. Wo müssen wir genau hin? Ja, wir müssen da lang. Was fahr ich hier jetzt wieder runter? Ich wollte zum Speicherkunkt, ne? Ja. Ach, ja, war ja klar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bitte. Okay, sie hat uns nicht gesehen. Gott sei Dank. Scheiße. Krieg ich die noch? Ja! 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 Auf jeden Fall bin ich fast da. Bitte, bitte lass es funktionieren. Bitte lass es funktionieren. Bitte lass es funktionieren! Einmal. Zweimal. Jetzt haben wir leider zwei Stimmen oder so, die wir eben hatten, verloren. Aber ich hoffe, das kriegen wir auch irgendwie anders wieder gebacken. Oh, ist das krass. Oh, ist das krass. Oh, ist das krass. Okay, ich brauche eine Pause. Sorry, aber ich brauche echt eine Pause. Alles klar. Hier sieht es auch wieder sehr cool aus. Boah, ich bin so am Zittern, Leute. Mann, Mann, Mann. Okay. Alles klar. Die Echos können, glaube ich, jetzt auch wieder alles, ne? Ah! Ja, na gut, okay. Dann war's das jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.